Musik Ein überwiegend bewölkter Himmel erwartet die Region morgen Vormittag. Auch über den Mittag und am Nachmittag ist die Sonne nicht zu sehen. Trotz dauerhafter Wolkendecke bleibt es aber trocken. Die Temperaturen bewegen sich über den Tag verteilt zwischen 15 und 22 Grad. Auch am Abend und in der Nacht bleibt es bedeckt, aber trocken bei Werten zwischen 14 und 18 Grad. Freundlicher wird es am Tag danach. Den gesamten Vormittag überscheint die Sonne. Erst am Nachmittag ziehen einige Wolken am Himmel auf. Das Ganze bei Temperaturen von bis zu 28 Grad. Am Freitag kühlt es dann wieder etwas ab. Am Himmel wechseln sich Sonne und Wolken ab. Gelegentlich regnet es aber auch. Unbeständig bleibt es auch zum Start ins Wochenende bei Werten zwischen 17 und 22 Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017